Die Kesselschlacht bei Smolensk vom 10. Juli bis zum 10. September 1941 war eine Schlacht zwischen der deutschen Wehrmacht und der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg. Hintergrund Nach der Niederlage in der Kesselschlacht bei Vialystok und Minsk in der drei sowjetische Armeen der Westfront zerschlagen worden waren, baute die Rote Armee Anfang Juli 1941 in der Gegend um Smolensk mit insgesamt 42 Divisionen eine neue Verteidigungslinie auf. Vier bisher in Reserve befindlicher Armeen, die 19. bis 22. sollten einen Übergang der Heeresgruppe Mitte über die Flüsse DNEPR und westliche Twina sowie die Landbrücke zwischen Vitesk, Orscha und Smolensk verhindern. Die Hauptstadt Moskau war nur noch 400 Kilometer entfernt. Den Befehl über die Westfront hatte am 29. Juni Generalobast Andrei Ivanovich Jeryomenko übernommen, nachdem der bisherige Frontbefehlshaber Dmitri Grigoyevich Pavlov wegen Versagens abberufen worden war. Am 2. Juli übernahm schließlich Marschall der Sowjetunion Semjon Konstantinovich Timoschenko die Front, der am gleichen Tag die vier Reservearmeen sowie die sich noch formierende 16. Armee unterstellt wurden. Zusätzlich wurden der Westfront 6 bisher noch nicht eingesetzte mechanisierte Korps mit insgesamt mehr als 2000 Panzern als Ersatz für die bisherigen Verluste unterstellt und von der Stavka die Mobilisierung und Bereitstellung weiterer Reserven beschleunigt. Auf deutscher Seite übernahm am 3. Juli Generalfeldmarschall Günther von Kluges Armee Oberkommando 4 die Kontrolle über die beiden Panzergruppen der Heeresgruppe Mitte, um mit diesen den Übergang über die Flusslinie zu erzwingen, während die Infanteriedivisionen der 9. und 2. Armee noch mit der Ausräumung der Kessel beschäftigt waren. Den Hauptstoß auf Smolensk sollte General Heinz Guderians Panzergruppe 2 entlang der Straße von Boris über Orscha nach Smolensk führen, während General Hermann Horts Panzergruppe 3 nördlich über Polutsk und Wetesk vorgehen sollte. Die Panzerspitzen beider Gruppen sollten sich bei Jacewo 50 km nordöstlich von Smolensk treffen und so zusammen mit der nachrückenden Infanterie den Kessel um die Verteidiger schließen. Vergleich der Kräfte Gliederung der sowjetischen Westfront und der Stavka Reservearmeen zu Beginn der Schlacht bei Smolensk Gliederung der Heeresgruppe Mitte am 1. Juli 1941 der Kessel Am 10. Juli startete die Heeresgruppe Mitte die Offensive in Richtung Smolensk. Die Panzergruppe 3 unter Generaloberst Hermann Hotsch stieß nördlich die Panzergruppe 2 unter Generaloberst Heinz Guderian südlich vor. Nach der Vernichtung der sowjetischen Kräfte sollten die Panzergruppen in einem konzentrischen Angriff auf Moskau vorrücken. Dabei wurden starke Verteidigungsstellungen geschickt umgangen. Vom 24. Juli bis zum 5. August 1941 wurden über 300.000 Rotarmisten mit 3.000 Panzern eingeschlossen. Der Großteil geriet schließlich in deutsche Gefangenschaft. Die sowjetischen Truppen unternahmen heftige Ausbruchsversuche. Zeitweise gelang es ihnen, den Kessel aufzubrechen und zahlreiche Truppen zu verlegen. Die Offensive von Jelnia im Rahmen der Kesselschlacht war die erste erfolgreiche sowjetische Offensive des Krieges. Bis erstmals wurden Einheiten der Roten Armee mit dem neuen Garde-Titel ausgezeichnet. Folgen Diese Schlacht war wie die Kesselschlacht bei Vialystok und Minsk zuvor ein großer operativer Erfolg für die Wehrmacht. Erneut erlitt die Rote Armee schwere Verluste. Hunderttausende sowjetische Soldaten konnten gefangen genommen. Zahlreiches Kriegsgerät zerstört oder erbeutet werden. Die Kesselschlacht hatte aber auch auf deutscher Seite große Verluste verursacht. Außerdem war es der Roten Armee gelungen, den deutschen Vormarsch zwei Monate lang aufzuhalten. Dadurch war eine bedeutende Verzögerung entstanden und die deutsche Blitzkriegskonzeption erlitt einen Rückschlag. Dies gab der Roten Armee dringend benötigte Zeit und Gelegenheit, die Verteidigung Moskaus vorzubereiten. In der Smolenska-Operation verlor die Rote Armee vom 10. Juli bis zum 10. September 1941 760.000 Mann. Während der Kesselschlacht bei Smolensk erbeutete die Wehrmacht nahezu das gesamte Archiv der lokalen sowjetischen Verwaltungsbehörden inklusive des NKWD von 1917 bis 1939. Die ungeordneten Akten wurden vollständig in das Deutsche Reich abtransportiert. Dort fielen sie 1945 US-amerikanischen Truppen in die Hände und wurden in die USA gebracht. Erst in Amerika wurden die Dokumente ausgewertet und gaben erstmals einen ungefilterten Blick auf die Lebensverhältnisse in der Sowjetunion der 1920er und 1930er Jahre.